Kommentare macht so wie, also wenn ich jetzt was verbessern kann oder irgendwas, nur zu damit, ich bin offen für das. Aber irgend so ein... Okay, ihr könnt auch Lappen schreiben oder so, ne? Dann bin ich ein Lappen, ne? Dann bin ich eben ein bisschen... Nein, dann bringt man keine Leute um. Dann ist man... Warum? Wir verlieren keine Truppen, aber... Ey, beschissener Noob. So richtig beschissener Noob. Was macht er in diesem... Oh, ne! Ah... So. Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Jetzt weiß ich, warum ich diese Videos gemacht habe. Hehehehehehe. Tralalalala. Ja. Das merkt man sowieso. Was sollte denn sonst aus deinem Mund rauskommen, hä? Ja, endlich ist einer kaputt. So. Jo. So, jetzt sind wir ganz unter uns. Am Rollen der... Ah, ich glaube, ich habe die Idee. Ich nehme das Ding mal ein. Du wirst mich nicht aufhalten. Du wirst mich nicht aufhalten können. Stirb. Stirb. So, wie mache ich das jetzt? Ähm... Das... ist... Der Hammer! Ja! Mein Mikrofon ist gay. Das habe ich ja schon gesagt. Ich zog gleich mit Mike. Irgendwie. Das wird dann irgendwie funny und dann so. Ach ja, äh... Was ist ein... Äh... Nein, nein. Egal. Egal. Wie? Ich hatte ne Idee. Ob die genial wäre, wäre, wäre... Wäre, wäre... Ja, wäre, wäre. Das ist sowas von unfair. Die sind in diesem ATTP oder... Nein, ATTE. Sorry. Und... Ja, jetzt bin ich da drin. Lalalala. Stirb. Guck mal, die letzte Shootie. X erledigte Geo, Louisiana, bla bla bla, etc. Hey, bist du blöd oder was? Lauf da unten doch nicht rum! Endlich! Der Sieg der Republik! Ähm... Jo. 73 Punkte, 8, 11, 240 Abschlüsse, äh... Stamos-Karte, ne? Aber... Naja... Äh... Ich glaube, ich beende mal diesen Part, bei... Ich bin gelangweilt. Ihr seid gelangweilt. Ja, ihr seid gelangweilt. Ja, dann brauche ich jetzt gar nicht nachfragen! Er... Um... Um... Vielen Dank.